Was wir normalerweise auf eine normale Bühne machen, ist nicht machbar hier. Wir müssen ein anderes Prinzip finden, wir müssen sowieso dramaturgisch ganz anders denken. Die Dimension zieht uns in eine Spiritualität, die es überhaupt nicht gibt im Theater. Der Theater ist ganz einfach, schlicht Rahmen, wieder normal, der große Unterschied und die Distanz ist enorm. Einfach nur ein Schauspieler, wenn er durch die Bühne braucht, eine Minute, um durch die Bühne zu kommen. Deswegen habe ich natürlich lieber Erscheinungen, wenn die Personage erscheinen, ist natürlich sehr praktisch. Wir müssen nicht erzählen, wo sie kommen und wo gehen sie. Der Deal ist, dass wir erstmal für das ganze Publikum dem Spiel lesbar sind, weil wir sind sehr weit und wir müssen diese Proximität, diesen Fokus finden. Durch Licht, durch Action natürlich, durch die Bühne selbst und vielleicht durch die Projektion werden wir natürlich da etwas ganz Besonderes finden. Die Dimension Die Dimension Untertitelung des ZDF, 2020